Badges Wenn Sie sich dazu entschließen, Badges zu nutzen, sollten Sie ein paar Vorbereitungen treffen. Definieren Sie den genauen Verwendungszweck des Badges und für welche abgeschlossene Aktivität dieses verliehen werden soll. Badges sind Auszeichnungen, welche für besondere Leistungen verliehen werden können. Sie können als Mittel zur Motivationssteigerung eingesetzt werden oder als Anerkennung für eine abgeschlossene Lerneinheit dienen. Diese Überlegungen sind notwendig, da sie die Einstellungen und die Möglichkeiten der Verteilung eines Badges beeinflussen. Wie erstelle ich ein Badge im Moodle? Unter dem Abschnitt Badges im Block Einstellungen befinden sich zwei Auswahlmöglichkeiten. Verwalten und Badge anlegen. Wählen Sie Badge anlegen. Für die Erstellung ist es notwendig, einen Namen zu vergeben, eine Beschreibung hinzuzufügen und ein Bild auszuwählen. Bei der Auswahl des Bildes ist das Urheberrecht zu beachten. Nun ist das Badge angelegt und es erfolgt die Auswahl spezifischer Kriterien für die Vergabe des Badges. Nach den Grundeinstellungen erreichen Sie eine neue Ansicht, in welcher Sie direkt auf die Kriterien zur Badge-Vergabe hingewiesen werden. Unter Kriterium hinzufügen erscheinen drei unterschiedliche Varianten zur Badge-Vergabe. Manuelle Verleihung durch Nutzer und Nutzerinnen einer bestimmten Rolle, Kursabschluss und Aktivitätsabschluss. Wenn Sie manuelle Verleihung auswählen, können Sie festlegen, wer das Recht hat, Badges zu verleihen. Als zweite Variante ist die Verleihung durch den Aktivitätsabschluss möglich. Ihnen stehen dafür alle möglichen Aktivitäten zur Auswahl. Wählen Sie die gewünschte Aktivität aus und speichern Sie diese. Anschließend erscheint die Verwaltungsseite. Ihnen wird nun die Information angezeigt, dass das Badge derzeit noch nicht verliehen werden kann und Sie den Zugriff erlauben müssen. Wenn Sie mit der Aktivierung einverstanden sind, klicken Sie auf Weiter. Das Badge wurde nun erfolgreich aktiviert. Um spätere Änderungen vorzunehmen, müssen Sie zuerst den Zugriff verhindern. Anschließend können unter Überblick die Grundeinstellungen und die Kriterien des Badges noch einmal kontrolliert werden. Die Verwaltungsseite Untertitelung des ZDF, 2020